Warte, Ressour, alles noch nötig. Gebt keinen Reinknopf oder so? Ja, frag doch mal. Wollt ihr noch weiterspielen? Klar, willst du nicht weiterspielen? Ich weiß nicht, wegen der Aufnahme. Obwohl, das sind jetzt 6... Ah, scheiß drauf, ich nehmach, bisschen mal drauf. Ah, das stört Ur, dass man so viel Loot zurücklassen muss. Ich kann leider nicht zurück. Sanz, musst du morgen arbeiten? Ich hab Urlaub. Ja, ich hab ne Woche Urlaub. Oh. Können wir direkt morgen weiter aufnehmen? Es regnet. So, es ist einfach, dass ich umbringe, dass es hochkommt. Ah, dann sind 30% deiner Pixel weg. Aufgeschissen. Komm jetzt. Sag doch nicht sowas. Komm, greif mich an und töte mich. Ich hörst du, hast es drauf. Komm. Komm. Und der steht da. Du hast es mit mir. 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 Du musst es mit mir. Du hast es mit mir. Du hast es mit mir nicht mehr Höhen. Ja. Lappen, Alter. Äh, dein Ehren? Nein. Wäre witzig geworden. Hätte irgendwie schon was? Ja, ne? Scheiße. So viel Geld weg. Tja, hab ich auch gesagt. Ja, 200 hab ich voll fast. Alter. Wie viel? Ja, bei 30%, kannst du ausrechnen. Jetzt hab ich nur noch 400 wieder. Ich hab 1700, also ich bring mich im Chip nicht um. Ähm, du kannst Geld safen. Ja, indem du das rauslegst. Das kann man rauslegen? Ich glaub schon, oder? Jetzt gibt's so ein Safe oder so ein Automat, wo du's machen kannst, ja. Aber, aber... Ich glaub... Warum kann ich dir für dich schließen? Ich hab für uns nicht geschlossen. Ob wir eine neue Party machen müssen, weil wir auf dem Server wieder neu sollen? Oder bleibt es in der Server-Conflict dran? Das müsste in der Server-Conflict drinbleiben. Wege auch offen. Ähm, mit den Scheunern? Ja, das bleibt in der Conflict. Ah, schon wieder vergiftet. Ich hasse Details im Öffnen. Oh-y-äh-äh-äh-äh-äh. Haha, ich will auf dem phenflict mit dem준 struggles, ne? Du brauchst noch eine Waffe mit 6 PPS? Nee. Kannst du dir in den Arsch schieben? Kannst du dir in den Arsch schieben? Hashtag in den Arsch schieben. Kannst du mir irgendwer von euch einen Diamanten geben? Hab keine. Ich glaub, du hast einen. Du? Hab ich noch nie gesagt. Guck in meine Aufnahme rein. Wie weißt du dir das? Klar, weil ich auch so gut in Katten bin. Wenn du Diamanten haben willst, um dein Ding zu verbessern, dann geh fahren. Kauf dir einen. Wenn du Diamanten haben willst, dann verbessere ich mal mein Ding. Ja, aber es hätte sein können, dass ihr schon wieder habt. Guck wie arrogant hier sind, ja. Loll. Was machst du denn hier, Alfred? Loll. Was machst du denn hier, Alfred? Ich habe jetzt gerade einen neuen gepflückt. Ich habe gesagt, Guggeruts oder Mais, wie mir das gesagt. Du kannst verkaufen für 500. Das bringt uns aber relativ wenig, weißt du schon, ne? Später dann vielleicht was. Waren wir genug davon haben, dann? Ich bin auf Hölle-Ebene. Ich habe auch kein Diamant gefunden. Na, viel Spaß bei diesen scheiß Naderact abzubauen. Ob sie derma zu sein soll. Welche Farbe hat das? Brot. Brot glühnt. Brot glühnt. Oh, viel Spaß damit. Ich war's nicht. Aber natürlich. Oh, viel Spaß damit. Ich habe jetzt noch mehr probiert. Und dann sehe ich mal kurz auf das Ausfluss. Machen wir das gleiche und dann wiederholen, das auch nicht mehr. Dann sehe ich mal kurz auf. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ah, ja, Copperbomben, aber nice. Aber das kann ruhig öfter passieren. Mit Diamanten wäre es noch besser. Noch mehr Copperbomben, ja... Und der Matten schon gefahren? Nee. Lappen, Alter. Und du? Nee, das ist zusammengegangen als Copper. Ah, einmal dich ausreden. Nicht so. Guck in meinen Netzklärern, da siehst du das. Nee, das dauert nicht so lange. Stimmt, das sind relativ die letzten Folgen von dieser Session. Und die sind so langweilig. Ja, denn, ja, wenn du nicht redest, Mach die Fresse auf, dann wird es nicht mehr langweilig. Ah, stimmt, dann wird es noch 100% langweiliger. Einfach mal die Fresse halt, ne, okay? Komm drauf an. Stimmt, komm drauf an, was aus der Fresse rauskommt. Dominik, man sagt nicht Fresse, das ist unhöflich. Wann wieder so ein Kommentar kommt, Alter, dann kommt es euch stark aus, Alter. Jetzt kam das mal schon ein, ey. Haben Sie aber recht, ja. Sie sind immer so unhöflich. Nee, aber nicht mit dem ich gesprochen habe. Und der war Tatsache, na, das hört sich scheiße an. Ist auch scheiße, aber er ist ein richtiger Spast. Kein Spastikär, sondern Spast. Einen Spatzenhörn hat er. Braucht nicht mehr. Wir haben was gefunden. Lappen, Alter. Ich hab drei. Lappen. Ich hab aber keine Fackel mehr, ich seh nichts mehr. Diese unerforschte Höhle. Die geht's halt hier von da. Ich hab grad ein Loch für den Tunnel reingesprengt, was da sonst rüber hat. Äh, nicht von uns halten. Ah, du bist da runter, ey. Ja, du schlawiner. Ich seh noch, wo lang du gehst. Blinke, blinke, hub, hub, blinke, blinke. Okay, hier komm ich nicht weiter, aber hier ist Copper. So Leute, eigentlich halt. Gut, kann ich hier fucking craften. Nein, was wird denn da? Wahrscheinlich ist Holz. Holz und Kohle. Ich hab da Kohle 100% gesammelt. Wenn nicht, sammle ich jetzt grad welche. Das war keine Kohle. Das war Clay, ey. Was weiß ich mit Clay? Ich brauch Kohle. Und ich gebe mir, dass du daß mir jetzt mal rauskommen, um mir ein bisschen Rücken zu machen. Um Waffen. Und ein bisschen als Abbau-Tool. Ist schon Tier 2? Nee, dafür muss ich ja hochkommen. Und du kommst köstlich, okay? Ist eine gute Idee. Ich weiß, finde ich auch. Ich seh einfach mal ja nix, ey. Ich mach grad einen Tunnel runter, ne? Machst du meinen Tunnel weiter, oder? Ja. Also aufpassen, dann. Ja, ich muss ja mal ein bisschen zurückkommen. Und du hast deinen Tunnel weiter runtergebaut, genau unter deinen Tunnel. Kreis. Nur eins versetzt. Nicht froh, da bin ich froh. Das ist eins versetzt, also. Nicht froh. Na, das ist einfach nur Scheiße von dir. Nichts bekommst du hin, du Lappen. Und du darfst sagen, mit der Inkubententhoch der Entenbohum. Ich kämpfe gegen die Viecher, ja? Um dass du ordentlich hochkommst. Für uns. Ja, ja. Ja. Ich clear hier. Und fallen Löcher ran. Meinst? Willst du jetzt noch ne bessere Waffe haben? Wie viel Attack hat einer? Ich, ich will mal gern. Äh. Die hat DPS 15. Man hat 18. Okay, ihr kriegt mal die D. Oh, ist ein Upgrade-Modul gefunden. Wow. Ja, hab ich auch schon gefunden. Wir können nichts. Da war der Fallschirm auf einmal. Ach, Leute, ey. Der macht mich fertig. Warum macht der mich fertig? Oder warum mache ich mich fertig? Weil du da rum bist. Na, ich geh auf den Schnellweg nach oben. Und nicht auf so'n lahmarschigen Weg, ey. Gehst du denn hoch? Ich bin schon an dir vorbeigemacht gerade. Ja. Ich bin schon längst oben. Du solltest mir mit die Waffe gut erinnern können. Was hältst du davon von GameCast? Was? Ähm. Kann man machen, muss man aber nicht. Hast du gekriegt? Ähm, ja. Guck schon. Monster, unser Bude! Oh, zwei Händler ist das. Danke. Sollte eigentlich alles wohnen hinten, ne? Wir wohnen hinten nicht. Das hat mir eigentlich noch... Oh, ich hab' ne Schaufel gekriegt. Na, oder? Brunnen sie aber relativ wenig hier. Ne, eine Musik kann ich gekriegen. Musik, die ein Stück. Okay. Eine Gekar... Äh, eine Gekar... Äh... Gitarre. Uh, hast du Musik drauf? Nein, glaub nicht. Mein Bogen ist kaputt gegangen. Ne, doch nicht. Uh... Und ich dachte, der ist kurz. Was war das denn jetzt grad? Was war das denn jetzt? So. Ist er tot? Hat er runtergefallen? Ja. Siehste, man kriegt schallver... Zwischendurch mal fahrscher, aber nicht. Okay. Ich mach dann hier... Ich mach dann hier... Ich mach dann hier einen kleinen Cut. Na, der kleine ist relativ... Ich glaub ich mach dann erstmal ein paar Tage Pause. Bis da, und... Genau, das sag ich auch meistens. Und dann würde ich sagen, Tschüss, Leute. Hallo. Ja, das sag ich auch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020